Das Klarissenkloster Eger war ein Kloster der Klarissen in Eger, der heutigen tschechischen Stadt Tschep. Geschichte Die Ansiedlung von Klarissen vor Ort geht zurück auf die Jahre unmittelbar vor 1270, jedoch führte ein Stadtbrand in jenem Jahr dazu. Das Chronisten berichten, dass das Kloster 1288 wieder aufgebaut worden war. Der erste sichere urkundliche Nachweis ist eine Schenkung König Otto Kars II. Im Jahre 1273 Das Kloster zählte zum Bistum Regensburg. Auch die Lage im Egerland innerhalb der privilegierten Stadt führte zu einer besonderen Stellung. Das erhalten gebliebene Seilbuch wurde vom ehemaligen Egerer Stadtarchivar Karl Ziegel untersucht. Es enthält Abschriften wichtiger Dokumente. Bereits Anfang des 14. Jahrhunderts zählten zum Kloster zahlreiche Besitzungen in den umliegenden Dörfern, so in Ruhr, Kunau, Ensenbruck, Ulrichsgrün, Pilmersreuth, Stabnitz, Hartessenreuth, Triesenhof, Ober- und Unterpilmersreuth, Oberndorf, Sirmitz und Besitz zu Gehag. Weitere Erwerbungen folgten, darunter auch 1347 Dekasekundendorfgrün, welches später den Namen Nonngrün annahm. Käufe oder Schenkungen des Klosters stehen unter anderem mit der Familie von Nordhaft in Verbindung. Vor allem mit dem Familienzweig auf Burg Wildstein neben dem Grundbesitz sorgten die Nonnen für weitere Erwerbsquellen. Sie fertigten Einfassungen von Reliquien und Heiligenbildern aus Silber- und Golddraht sowie Wachskerzen. Weiterhin arbeiteten sie in einer Zucker- und Lebkuchenbäckerei und produzierten Spezialitäten wie Nonnengriefen oder Maskellen, Nonnenkräpfchen, Nonnenkolatschen oder Nonnenzwieback. Außerdem verkauften sie als Heilmittelschlag und Magenwasser und Mitridat. Das von den Nonnen gefertigte Egerer Antependium ist eine romanische Stickerei, die im Bezirksmuseum Eger zu besichtigen ist. Liste der Äbtissinnen Die ersten Äbtissinnen des Klosters sind nur durch einzelne Dokumente nachweisbar. Adelheit von Lobhaus 1270 Margareta 1313-1317 Mechthilde 1347 Katharina 1351 Agnes 1372-1374 Margareta von Kornbühl 1391-1392-1395 Katharina Ebran 1436 Ab 1465 ist die Abfolge der Äbtissinnen bis zur Auflösung des Klosters bekannt. Felicitas Trautmann 1465-1470 Ursula Pirck 1470-1474 Barbara Brummann 1474-1489 Konigunde Gredel 1489-1499 Katharina von Seeberg 1499-1531 Gräfin Ursula Schlick 1531-1554 Margareta von Nau 1554-1559 Anna Beil 1559-1565 Apollonia Funk 1565-1579 Magdalene Lochner 1579-1593 Ursula Helm 1593-1606 Katharina Rudisch 1606-1636 Margareta Schmölz 1637-1638-39 Helene Imer 1639-1641 Clara Meyer 1641-1652 Euphrosine Musa von Oettingen 1652-1671 Cecilia Walter 1671-1679 Johanna Penz 1679-1688 Bernhardina Bettelle von Wildenbrunn 1688-1723 Angela Friesel 1723-1731 Praxides Brusch 1731-1741 Maria Katharina Nonna 1741-1768 Ruheb Katarina St. Untertitelung des ZDF, 2020